Was machen wir überhaupt hier? Es sind doch nur ein paar Tage. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ist jemand? Hab sie gefunden, Bi? Nein. Keine verfluchte Bewegung! Seid ihr Menschen? Oder seid ihr Dämonen? Wir sind hier Gäste. Verschließt diese Tür. Lass, bis die Sonne aufgeht, keinen rein. Ich meine niemanden. Wer war noch im Wald? Da schleicht jemand ums Haus. Das ist alles wie in einem Walbturm. Alle hier sind tot. Was tust du da? Messer weg. Oh mein Gott. Wir stehen das durch. Bitte töten Sie mich nicht. Seid besser vorsichtig. Denn sie kommen sicher wieder. Sie kommen und holen euch. Sie holen euch! Beideein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.